Hello Friends und willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich freue mich so sehr, heute dieses Video aufzunehmen. Ich habe es nämlich schon richtig lange geplant und ihr habt mir richtig viele Fragen gestellt zu diesem Thema. Und deswegen jumpen wir heute komplett rein. Deep Dive ins Thema Routine. Wie ihr vielleicht wisst, wie ihr mich verfolgt, bin ich ein totales Routinen-Girlie. Ich habe meine Routinen, meine Morgenroutine, meine Abendroutine, meine Mittagsroutine, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich sehr viele Routinen und plane meine Woche eigentlich immer sehr durch. Und ich möchte heute mit euch teilen, wie ich das mache, wie man das Ganze aufbaut, wo man anfängt. Weil ich habe mir das auch alles erarbeitet. Ich habe mir das Wissen darum erarbeitet. Ich habe mir meine eigenen Routinen erarbeitet. Ich habe sehr viel ausgetestet, sehr viel ausprobiert, sehr viel geändert. Also es ist nicht einfach so von heute auf morgen passiert, dass ich meine perfekte Routine hatte und alles jeden Tag durchgezogen habe. Und jede Gewohnheit perfekt umgesetzt habe. Und ich möchte euch einfach so ein bisschen ermutigen, damit anzufangen und euch vielleicht einen kleinen Startschuss geben, wie man damit anfängt. Mich haben nämlich sehr viele Fragen erreicht und unter anderem auch die Frage, wie fängt man an? Woher weiß ich, welche Routine gut für mich ist? Wie kann ich entscheiden, welche Routine zu meinem Leben passt? Und genau diese Fragen möchte ich heute in diesem Video für euch beantworten. Und welcher Zeitpunkt eignet sich besser als Januar? Der neue Jahresstart, man hat Vorsätze, man möchte Sachen implementieren, man möchte ein neuer Mensch werden. Und ich zeige euch, wie es geht. Ganz wichtig am Anfang, jede Routine ist so individuell, wie ihr selber es seid. Und nicht jede Routine passt zu jedem Menschen. Auch meine Routine wird zu 100% wahrscheinlich zu keinem von euch passen, weil sie genauso copy-paste einfach zu niemandem passt außer mir, weil ich sie ja auch für mich individuell so angepasst habe. Das nur schon mal im Hinterkopf, dass es wirklich sehr, sehr individuell ist. Erst mal vorab, warum finde ich überhaupt, dass Routinen wichtig sind? Ich finde, Routinen sind wichtig, um mehr Zeit für das zu haben, was einen glücklich macht, was einen erfüllt und was einen auch weiterbringt im Leben. Oftmals findet man die Zeit nicht, um bestimmte Dinge umzusetzen, die man sich eigentlich schon ewig vornimmt oder die man unbedingt machen möchte, weil man eben keine Routine hat und weil man die Routine dem auch nicht anpasst, dem, was man machen möchte. Je mehr wir von dem machen, was uns gut tut, je mehr wir von dem machen, was uns glücklich macht, uns weiterbringt und je weniger wir prokrastinieren, aufschieben, desto höher wird ja auch unser Wohlbefinden, desto besser wird unsere Gesundheit, desto eher wird es ja auch zur Routine, Gutes für uns selbst zu tun. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch, wir alle haben Ziele und Pläne im Leben und Routinen und Gewohnheiten helfen dabei, davon nicht nur zu träumen, sondern es auch zur Realität werden zu lassen und es auch wirklich umzusetzen. Daher ein Macher, kein Lacher. Denn im Endeffekt sind wir die Gestalter unseres Lebens, wir sind dafür verantwortlich, wie unser Leben aussieht und das ist was sehr Schönes und ist eigentlich auch nur positiv für uns. Okay, lasst uns direkt rein starten und zwar in den Aufbau des Kalenders. Ich mache das jetzt alles anhand eines digitalen Kalenders einmal für euch vor, damit ihr irgendwie seht, wie kann ich meine Zeit blocken, was trage ich wie ein, in welcher Reihenfolge trage ich was ein, das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig. Also, let's jump right in. Als allererstes müssen wir natürlich die nicht verhandelbaren Termine eintragen. Erstmal vorab ein kleiner Mindset-Exkurs. Ich versuche das Wort müssen, so gut es geht, aus meinem Wortschatz zu streichen und nicht zu benutzen, denn, ihr kennt sicherlich den schönen Spruch, wir müssen gar nichts, auch versterben. Und der ist tatsächlich true. Wir müssen überhaupt gar nichts. Wir mögen im Endeffekt nur nicht die Konsequenz, welche eintreten würde, wenn wir das, was wir müssen, nicht tun würden. Zum Beispiel, das beste Beispiel, das ich immer höre, ich muss zur Arbeit gehen. Ich muss arbeiten. Musst du wirklich arbeiten oder magst du einfach nur die Konsequenz nicht, was passieren würde, wenn du nicht arbeitest? Wenn du nicht arbeitest, wird wahrscheinlich die ersten ein, zwei Tage überhaupt nichts passieren und irgendwann wirst du darauf angesprochen. Und dann wirst du entweder gefeuert und dann bist du arbeitslos und musst entweder einen neuen Job suchen oder lebst vom Arbeitslosengeld. Aber es ist kein Weltuntergang, von dem du stirbst. Und ich finde, wenn man dieses Mindset einmal versteht und wenn man diese Realität versteht, dann kann sich ganz viel ändern in dem, wie wir unsere Zeit wahrnehmen und wie wir unser Leben wahrnehmen, meiner Meinung nach. Ich muss nicht arbeiten, ich möchte arbeiten, damit ich Geld habe, damit ich genug Geld habe, um mir mein Leben zu finanzieren. Und deswegen, das Erste, was wir in unseren Kalender eintragen, ist Arbeit, Uni, Schule, etc. Alles, was erstmal feststeht, wo wir denken, okay, das möchte ich auf jeden Fall machen, weil die Konsequenz davon möchte ich nicht ertragen. In meinem Fall ist das einmal viermal die Woche Arbeiten gehen. Arbeit. Und zwar Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und fürs Beispiel des Videos trage ich auch noch den Freitag mit ein, weil ich möchte hier ein etwas allgemeineres Beispiel machen. Genau, damit ihr einfach seht, okay, wie kann ich meine Zeit gut nutzen. Dann gibt es natürlich sowas wie feste Termine. Bei mir ist das zum Beispiel Therapie. Ich mache das jetzt einfach straight up von meinem eigenen Alltag einmal als Beispiel vor. Das ist auch nicht verhandelbar. Das ist einmal die Woche, meist montags. Dann können wir natürlich noch argumentieren, okay, vielleicht ist Sport auch ein fester Bestandteil deines Lebens. Also bei mir sind es ja auch feste Termine, wo ich zum Sport gehe. Deswegen trage ich das auch einfach mal ein. Ich gehe zum Beispiel sonntags zum Sport und sagen wir Freitagabend zwei Stunden. Das ist relativ realistisch. Und mich hat noch eine Frage erreicht, die jetzt perfekt in diesen Kontext passt. Und zwar, was kann man gegen Schlafprobleme tun? Das ist natürlich jetzt eine sehr allgemeine Frage, die ich jetzt hier nicht im Detail beantworten kann. Aber eine Sache, die mir sehr geholfen hat, ich hatte nämlich auch schon mal Schlafprobleme, ist eine Regelmäßigkeit in den Schlaf bringen. Und für Routinen ist ein regelmäßiger Schlaf auch einfach richtig, richtig gut. Und ich habe das auch mal von jemandem gelernt, dass der erste Termin, den man sich in seinen Kalender tragen sollte, der Schlaf ist. Und deswegen trage ich den hier auch mit ein. Ich stehe um 7 Uhr auf, das heißt um 23 Uhr sollte ich schlafen gehen idealerweise. Von 23 bis 7 Uhr schlafen. Und das kopiere ich jetzt auch auf jeden der Tage. Zumindest unter der Woche und Sonntag. Und somit haben wir schon mal unser Grundgerüst. Lassen Sie es nochmal angucken. Von den Sachen, die einfach nicht verhandelbar sind, die wir machen müssen oder feste Termine. Und unseren Schlaf. Und wir sehen schon, wir haben morgens ein bisschen Puffer, wir haben abends ein bisschen Puffer. Und wir haben auch am Wochenende Puffer und freie Zeit. Ich trage jetzt hier auch nochmal einfach überall eine Stunde Arbeitsweg ein. Hin und zurück. Einfach nur, damit man sieht, wie viel Zeit dann quasi theoretisch noch übrig wäre. Machen wir weiter. Punkt Nummer 2 ist für mich die Morgenroutine. Wenn wir einmal unser Grundgerüst haben, sehen wir ja, wo und wie viel Zeit wir haben für unsere Morgenroutine. Es kommt voll drauf an, wann ihr aufsteht und wann ihr arbeiten geht. Bei der Morgenroutine ist erstmal ganz, 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 ganz wichtig. Tu, was dir gut tut. Es gibt keine Regeln, es gibt keinen Blueprint, es gibt kein, du solltest 10 Kilometer joggen, eine Stunde meditieren, 10 Seiten in dein Journal schreiben. Es gibt kein Blueprint, was du morgens machen solltest, aber du solltest etwas tun, was dir gut tut. Natürlich können Beispiele sein. Meditieren, journalen, bewegen, lesen, einen Kaffee trinken, etc. pp. Am besten etwas, was ohne Technik funktioniert und am besten etwas, was irgendwie mindful ist. Was einfach ein ruhiger Start in den Tag ist, wo du mit deinen Gedanken erstmal einfach nur bei dir bist und dich nicht von äußeren Einflüssen irgendwie schon prägen lässt morgens. Ich habe zum Beispiel auch die Regel für mich, ich gehe eine Stunde lang nicht ans Handy morgens. Und das würde ich auch jedem nur ans Herz legen, weil sobald du wach wirst und auf dein Handy guckst und du siehst die Notifications, du gehst auf Instagram, du scrollst, du guckst dir Sachen an. Und dein Kopf ist dadurch schon dann so geprägt und so voll mit diesem ganzen Stuff einfach. Ich bin der Meinung, erstmal eine Stunde ohne Handy auszukommen morgens ist super oder ohne Technik generell. Und deswegen, tu, was dir gut tut. Am besten ohne Technik. Frühstück, wenn du ein Typ bist, ja gerne Frühstück morgens. Für mich ist Frühstücken eigentlich so auch so nicht verhandelbar. Für mich ist es so wichtig, weil es mir so viel Energie gibt am Tag. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die einfach nicht die Zeit dafür haben oder einfach nicht den Appetit morgens haben zu frühstücken. Im besten Fall würde ich vorschlagen, morgens mindestens 30 Minuten für sich zu nehmen. In meinem Beispiel habe ich anderthalb Stunden morgens, weil ich die einfach brauche. Davon sind aber auch nur eine halbe Stunde morgens für mich. Die andere halbe Stunde mache ich mich halt fertig und frühstücke und so weiter und so fort. Aber die erste halbe Stunde, meine anderthalb Stunden morgens sind nur für mich, wo ich wirklich nur mit mir bin, wo ich in meinen Journal schreibe, wo ich meditiere, wo ich mache, was mir gut tut. Das trage ich auch schon mal direkt ein. Genau, wie ihr seht, von 7 bis 8.30 Uhr habe ich anderthalb Stunden und die erste halbe Stunde davon ist für mich. Natürlich kann es auch overwhelming sein, wenn man um 6 Uhr schon auf der Arbeit sein muss. Dann kann ich natürlich verstehen, dass man so spät wie möglich aufsteht. Aber ich finde, auch dann kann man sich Zeit für sich selber nehmen. Es muss auch keine halbe Stunde sein. Und wenn es drei Minuten sind und du schreibst eine Minute Tagebuch, du meditierst eine Minute oder machst kurz eine Atemübung für eine Minute und liest eine Minute, dann hast du schon mal was für dich getan. Dann bist du schon mal mental irgendwie anders in den Tag gestartet, als wenn du um 5 Uhr aufstehst, direkt ans Handy gehst, direkt aufstehst, direkt zack, 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 irgendwie dich beeilst, dich hetzt, dich stresst. Selbst mit diesen drei Minuten, die man sich nimmt, hat man dann ja schon mal einen anderen Start in den Tag, meiner Meinung nach. Aber wenn es gar nicht für dich klappt, dann ist das auch okay. Dann kann man das natürlich auch mit einer Abendroutine kompensieren oder sich zum Beispiel Abendzeit für sich nehmen. Ich finde nur, es ist sehr wichtig, auch gut in den Tag zu starten, weil das schon mal den ganzen Tag auch irgendwie setzt. Also die ganze Intention, wie man den Tag startet und einfach gut tut. Das ist auch nur mein Tipp, meine Empfehlung, meine Lebenserfahrung, die ich hier mit euch teile. Also was auch ganz wichtig ist. Ich habe ja schon gesagt, ich habe sehr viel ausprobiert. Ich habe sehr viel hin und her überlegt, wie ich meine Routine morgens auch aufbauen möchte. Deswegen mein Tipp, probiere aus. Tu, was dir gut tut. Versuch rauszufinden, was für dich funktioniert. Wenn es journalen ist, dann ist es journalen. Wenn es joggen gehen ist, dann ist es joggen gehen. Aber du wirst es nicht rausfinden, wenn du es nicht ausprobierst. Und du wirst nicht rausfinden, ob es dir gut tut, wenn du es nicht mal gemacht hast. Ich habe auch alles ausprobiert. Ich habe morgens Sport gemacht. Ich habe morgens gejournalt, morgens mediziert, morgens mein Vision Board angeguckt, mir Affirmationen aufgesagt. Das funktioniert übrigens für mich überhaupt nicht. Ich hasse Affirmationen so sehr. Es tut mir wirklich leid, aber es funktioniert einfach nicht für mich. Ich werde euch auch demnächst meine aktuelle, updated Morgenroutine einmal abfilmen. Weil ich habe jetzt auch für 2024 nochmal ein bisschen eine neue Morgenroutine. Dazu habe ich auch zwei Fragen gehalten. Und zwar zum einen, ob ich mich Minute für Minute an meine Morgenroutine halte. Und zum anderen, ob ich es schaffe, die Routine jeden Tag aufrecht zu halten. Zu beiden Fragen habe ich die gleiche Antwort. Und zwar nein. Ich versuche mich schon an den Ablauf der Routine auf jeden Fall zu halten, aber an manchen Tagen sehen die Sachen halt einfach anders aus. Zum Beispiel substituiere ich manchmal Meditieren mit Lesen, weil ich einfach mehr Bock habe auf Lesen. Manchmal lese ich dann auch fünf bis zehn Minuten länger, einfach weil ich halt Bock drauf habe und weil mir das gerade in dem Moment gut tut. Genau das ist, was ich meine, wenn ich sage, tut, was euch gut tut. Solange ihr dadurch keine Konsequenz tragt, wenn ihr jetzt irgendwie eine halbe Stunde länger lest und dann auch eine halbe Stunde später auf die Arbeit kommt, dann ist es vielleicht eine Konsequenz, die halt eben wieder nicht das hervorruft, was ihr hervorrufen möchtet. Aber solange es einfach in einem Rahmen ist oder wenn ihr auch mal, ich habe manchmal auch Tage, an denen weiß ich, hey, heute habe ich mehr Zeit, weil XY. Und dann nehme ich mir auch die Zeit. Dann mache ich nochmal langsamer. Dann mache ich nochmal die Dusche richtig heiß und scrub mich und creme mich ein und mache mein Wellnessprogramm, wisst ihr? Das hat halt ganz viel damit zu tun, wenn man auf sich selbst hören kann und wenn man auf seinen Körper hören kann und auf seine innere Stimme hören kann und weiß, was einem im Moment gut tut. Und auch nicht jeden Tag mache ich meine Routinen. Ich mache auf jeden Fall jeden Arbeitstag meine Routinen, aber zum Beispiel, wenn ich frei habe, dann chill ich auch, dann schlafe ich auch aus. Oder ich schlafe aus und mache dann meine Routine. Also alles so, wie es sich halt irgendwie gut anfühlt. Das zum Thema Morgenroutine. Kommen wir zum dritten Punkt und zwar die Abendroutine. Die Abendroutine ist tatsächlich auch ein Bestandteil der Morgenroutine. Eigentlich ist es so eine große Routine am Ende des Tages, was sich halt in den nächsten Tag reinzieht. Weil wenn du eine gute Abendroutine hast und du regelmäßig schlafen gehst, dann brachst du auch besser auf. Und dann kannst du auch besser in den Tag starten, also eine bessere Morgenroutine haben. In meinem Fall gehe ich um 21.30 Uhr mich fertig machen und ins Bett. Also um 21.30 Uhr starte ich quasi meine Abendroutine. Und es ist total wichtig für mich, weil ich komme dann runter, ich werde dann müde, ich kann den Tag schön ausklingen lassen. Und bei regelmäßiger Wiederholung dieser Routine wird man ja auch automatisch dann auch müde. Also bei mir sieht es so aus, um 21.30 Uhr mache ich mir erstmal wasserheiß für einen Tee. Ich habe so einen Schlaftee, den mache ich mir jeden Abend. Ich ziehe meinen Pyjama an, ich mache mich Bettchen fertig. Also ich schminke mich ab, mache meine Skincare-Routine etc. pp. Und dann hüpfe ich ins Bett, nehme meine Tabletten. Ja, ich habe da ganz viele Tabletten stehen, die nehme ich jeden Abend, wenn ich ins Bettchen gehe. Und ich mache mir bestimmte Musik an, bestimmte Gerüche können helfen und ich lese. Ich habe jeden Abend Endel an. Ich kann Endel wirklich nur empfehlen, das sind wirklich Geräuschkulissen, die wirklich neurologisch erarbeitet worden sind. Und die einen runterbringen oder einen auch pushen, einen fokussiert machen, einen zum Einschlafen bringen. Und ich kann Endel wirklich nur empfehlen, ich mache jeden Abend Endel an, ich mache jeden Abend meinen Diffuser an. Das heißt, ich habe einen bestimmten Geruch, der mich ans Schlafen erinnert. Ich habe gewisse Geräusche, die mich ans Schlafen erinnern und ich lese. Leute, ihr wisst nicht, wie schnell ich müde werde. Ich bin um 22 Uhr quasi im Bett und um 23 Uhr ist meine Einschlafzeit. Aber ihr wisst nicht, wie oft ich auch schon um 22.30 Uhr einschlafe, einfach weil ich schon müde dann bin. Weil diese Technik so gut funktioniert. Wenn man das regelmäßig praktiziert, ist es wirklich ein Life Changer. So, das heißt, ich habe meine Abendroutine hier drin von 21.30 Uhr bis 23 Uhr. Ich habe jeden Morgen und jeden Abend anderthalb Stunden Routine. Morgen- und Abendroutine. Und wenn man das so macht, dann erhöht sich die Schlafqualität wirklich immens. Und eine bessere Schlafqualität ist eine höhere Lebensqualität. Und auch hier ist natürlich wichtig, wenn ihr zum Beispiel Schichtarbeiten habt, ja, und nicht immer zur gleichen Uhrzeit schlafen gehen könnt, dann versucht euch wenigstens zwei, drei verschiedene Routinen aufzubauen. Also, dass ihr auch da irgendwie guckt, dass man sich das anpasst. Plus, wenn man dann halt eben diese Einschlaftechniken hat, von wegen Geruchskulisse, Geräuschkulisse, Lesen, Runterkommen, keine Technik mehr haben, sollte es auch eigentlich funktionieren, dass man dann auch immer gut einschlafen kann, auch wenn man zu verschiedenen Uhrzeiten schlafen geht. Und jetzt zum Thema, warum Abend- und Morgenroutine nur unter der Woche und nicht am Wochenende. Das habe ich für mich einfach auch so rausgefunden. Früher habe ich auch wirklich auch am Wochenende meine Routine durchgeballert. Auch am Wochenende bin ich zur gleichen Uhrzeit aufgestanden und so weiter und so fort. Aber ich habe realisiert, man darf und man sollte auch Ausnahmen machen. Und mir tut es persönlich so gut, einfach mal auch auszubrechen und einfach mal auszuschlafen, auch mal länger wach zu bleiben am Wochenende. Das gehört für mich zur Lebensqualität einfach voll dazu, dass ich halt auch mal eben aus der Routine ausbreche. Und das kann man halt am besten am Wochenende. Es ist halt schon wirklich essentiell, eine Balance zu finden zwischen Disziplin und Freiheit. Ich habe da irgendwann mal eine ganz tolle Grafik zugesehen, und zwar die Pillars of Wellbeing. Und das hat wirklich mein Denken verändert. Es sind vier Säulen quasi und an beiden Enden der Säulen sind jeweils die zwei Gegenteile. Und man muss immer die Mitte finden. Man muss die Mitte finden zwischen Work und Play, also zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen sozialisieren und alleine sein, zwischen Disziplin und Freiheit. Das meine ich mit, man muss auch mal aus den Routinen ausbrechen, um die Routinen auch nachhaltig ausüben zu können. Und auch zwischen Bewegung und Ruhe. Diese Grafik, die gucke ich mir so gerne an. Ich finde die so gut. Routinen sind wichtig und richtig, aber gönnt euch auch Freiheit von Routinen. So, und jetzt kommen wir noch zu einem sehr interessanten Punkt, der vielleicht nicht für jeden relevant ist, aber für mich zum Beispiel sehr relevant ist. Ich habe acht Monate am Stück, fünf Tage die Woche gearbeitet und habe nebenbei noch mein YouTube-Video gemacht, weil, wir kommen zu Punkt Nummer vier für den Kalender, Passion Projects. Für mich ist YouTube ein absolutes Passion Project und ich bin mir auch sicher, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die irgendwie sagen, oh, ich würde gerne meinen eigenen YouTube-Channel starten, ich würde gerne ein Buch schreiben, ich möchte einen Podcast starten, ich möchte malen, ich möchte was auch immer. Ihr habt sicherlich auch so ein Passion Project. Woran willst du arbeiten? Was ist dir wichtig? Auch dafür sollte man sich feste Zeiten setzen. Das ist wichtig. Ich habe zum Beispiel immer mittwochs an meinem YouTube-Video gearbeitet. Ich hatte da ungefähr anderthalb Stunden Zeit, wenn man jetzt noch kochen und essen und sowas abzieht, hatte ich abends von 20 bis 21 Uhr Zeit an meinem YouTube-Video zu arbeiten. Und ich habe am Wochenende daran gearbeitet. Ich habe meistens samstags, tagsüber, dann irgendwann drei, vier Stunden daran gearbeitet. Ich trage es jetzt einfach mal für so vier Stunden am Wochenende ein. Wie viel ihr im Endeffekt wirklich daran arbeitet oder wie viel ihr daran arbeiten wollt, ist natürlich ganz euch überlassen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich will da jeden Tag daran arbeiten. Dann könnt ihr auch natürlich in eurer Morgenroutine da irgendwie Zeit für finden oder halt jeden Abend daran arbeiten. Ich habe es eben mittwochs und samstags immer gemacht und habe es damit geschafft, ein Video die Woche hochzuladen. Ich habe natürlich auch noch gefilmt. Das habe ich aber meist so nebenbei gemacht, weil ich ja eben Vlogs mache. Und was auch ganz wichtig ist, wenn das wirklich Ziele und Pläne sind, die ihr im Leben umsetzen wollt, dann priorisiert das. Priorisiert das, tragt das in euren Kalender ein und da seid ihr beschäftigt. Wenn ihr beschäftigt, da seid ihr busy, wenn dann jemand fragt, hey, was machst du am Samstag um 13 Uhr, dann sagst du, nein, ich kann nicht. Natürlich müsst ihr das nicht so sagen, aber für mich war es sehr wichtig, dass ich meine Passion Projects auch ernst nehme. Dass ich da wirklich dran arbeite, dass ich da wirklich mir die Zeit für blocke und halt dann auch wirklich Leuten sage, nee, da kann ich nicht. Man muss auch manchmal nein zu Sachen sagen. Joy of missing out, Leute. Joy of missing out. Und vielleicht habt ihr das auch gar nicht. Vielleicht sagt ihr, hey, ich bin mit meinem 40-Stunden-Job mega zufrieden. Das ist, was mich glücklich macht. Dann braucht ihr das gar nicht. Dann könnt ihr euch die Zeit für Hobbys nehmen. Dann könnt ihr euch sagen, okay, Mittwochs strecke ich immer. Irgendwie sowas halt. Und der letzte und auch einer der wichtigsten Punkte, freie Tage einbauen in eure Woche. Nochmal hier, Pillars of Wellbeing. Es ist wichtig, Zeit zu haben, in der man runterkommt, in der man macht, was man will. In der man nicht nach Routinen, nach Disziplin, nach Habits oder was auch immer lebt, sondern nach dem lebt, worauf man Bock hat. Ja, und wenn das auf dem Sofa rotten ist und den ganzen Tag Barbie-Filme angucken ist. Oder wenn es ist, dass du wandern gehen willst. Oder wenn es ist, dass du zum Sport gehen willst, ins Kino gehen willst, dich mit Freunden treffen willst, ganz alleine sein willst. Ist es egal, was du machen willst, aber du solltest dir einen Tag in der Woche freinehmen. Und für mich ist es auch immer gut, wenn ich dann an diesem Tag noch nichts geplant habe. Also, dass ich dann nicht sage, okay, ich habe an dem Tag frei, deswegen kann ich mich jetzt verabreden für den Tag. Sondern ich sage dann, nee, ich halte den Tag komplett frei. Und wenn ich dann an dem Tag mich verabreden will und an dem Tag social sein möchte, dann ist das okay, dann gehe ich auch raus, dann mache ich das auch. Aber auch nur, wenn ich an dem Tag wirklich auch Bock drauf habe. Für mich ist das dann halt eben meistens der Sonntag, den ich frei habe, an dem ich komplett rotte und nichts mache. Frei. Und ich gehe da zwar auch zum Sport dann sonntags, aber das ist ja für mich auch eine Freizeitaktivität. Das macht mich auch glücklich und das ist auch was, worauf ich Bock habe. Aber es ist schon sehr wichtig, auch Rot-Time zu haben. Also auch am Samstag und auch hier, auch hier habe ich ja Rot-Time. Hier kann ich auch so lange wach bleiben, wie ich will. Und auch hier vormittags habe ich Rotting-Time. Wisst ihr, was ich meine? Also man muss sich das einfach mal visuell bewusst machen, wie viel Zeit dann auch noch so einfach frei ist. Und was ich auch ganz wichtig finde, man muss sich natürlich auch bewusst machen, hey, meine Morgenroutine, meine Abendroutine, das sind ja auch quasi Freizeitsachen, die ich mache. Das sind schöne Dinge, die ich für mich mache. Jeden Tag. Nicht nur am Wochenende habe ich frei und nicht nur aufs Wochenende sollte ich mich freuen, sondern ich sollte mich auf jeden Tag freuen. Ich freue mich jeden Tag auf meine Morgenroutine, ich freue mich jeden Tag auf meinen Tee, ich freue mich jeden Tag auf meinen Buch, ich freue mich jeden Tag auf meinen Bullet Journal. Ich freue mich auch abends auf Lesen immer. Also wirklich, das ist glaube ich auch so die Quintessenz von allem, was ich euch hier so erzähle. Macht das, was euch glücklich macht. Es ist so wichtig, Sachen zu machen, die euch glücklich machen. Und gleichzeitig auch Disziplin zu haben, um an den Dingen zu arbeiten, die wir wirklich machen wollen. Sei es jetzt so ein Passion Project oder sei es Sport. Ich könnte hier auch noch dienstags zum Sport gehen und donnerstags zum Sport gehen. Und dann wäre ich viermal die Woche beim Sport. Es kommt halt immer darauf an, welche Priorität man setzt. So, ich habe euch jetzt genug vollgelabert. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich euch mit diesem Video mitteilen möchte. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, wie ihr gesunde Gewohnheiten in 2024 umsetzen könnt. Und eure Jahresvorsätze Realität werden können. Ich habe fertig. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann stellt sie mir sehr gerne in den Kommentaren. Ich werde euch versuchen, so gut es geht, die zu beantworten. Denkt dran, ich bin auch kein Experte. Das ganze Wissen, was ich hier habe, habe ich einfach aus jahrelang selbst Trial and Error System herausgefischt. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin. Macht's gut, Leute. Much love to you. Danke fürs Zusehen. Lasst gerne wie immer ein Like und einen Kommentar da. Und abonniert natürlich diesen Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt rund ums Thema Productive, Cozy, Girly, Bullet Journal, Routinen. Bye. Bye.